Ich beabsichtige, ein sauberes Schiff zu führen. Wir sind keine Piraten und auch keine Plünderer. Ich werde keinen ungehorsamen gedulden. Wenn ich sage, springt, dann fragt mich wie hoch. Dieses Schiff besteht nicht nur aus Brettern und Segeln, sondern auch aus euch allen. Ich werde euch als Käpt'n mein Bestes geben. Und dasselbe erwarte ich auch von euch. So, wer von euch mag Geld? Wenn ihr euch immer an mich haltet, werdet ihr mehr Mützen haben, als ein Gestande ausgeben kann. Ja, ich weiß, dass ich während der Fahrt hierher geschlafen habe, aber nur da ich wach bin, kann das Spaß losgehen. Bevor das für das geklärt hätten und jetzt bewegt eure Ärsche zurück auf meine Post, bevor ich anfange, euch über Bord zu werfen. Ja. Ich nehme mal die 5 und rumtolle Gerek kichert. Ich schätze mal, dass wir uns jetzt trotzdem nicht aufs Ohr hauen dürfen, was? Ach, du bist doch sowieso selten genug wach, umtotteln. Meinst du nicht? Fort im Meini zurück. Die Besatzung lacht. Ein Moral. Oswald tritt einen Schritt vor. Entschuldige die Frage, Käpt'n, aber was genau ist eigentlich die Mission des Schiffs im Todesfeuer? Diese überdimensionierte, nackte Statue hat einen Teil meiner Säge geklaut. Die hole ich mir zurück. Eotas hinterlässt eine Spur der Zerstörung und Verzweiflung. Es liegt an uns, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Wir erjagen einen bösen, blauen Bastardgott. Wer ist dabei? Plündern und Beute machen, Jungs und Mädels. Wir sind hinter dem verdammten Plünder und der Beute der Götter hier. Ihr habt ja einen Grund, warum ihr hier seid und ich glaube kaum, dass alle von euch darüber sprechen wollen. Dasselbe gilt für mich. Ich bin auch nicht hier, um Reden und Antwort zu stehen. Bewegt eure Ärsche wieder. Nehmen wir mal den Bastardgott. Bei den Göttern der Käpt'n will die Sache wirklich durchziehen. Um tolle Regere sollst du mit deiner Hand das Gesicht nach unten. Bildet, dass da drin nicht Ondra ist, witzelt Alt-Engrim, was die anderen nervös lachen lässt. Jemand muss dem ein Ende setzen. Irina steckt mit einer Faust in eine offene Handfläche. Was auch immer es ist, es hat schon zu viele Menschen auf dem Gewissen. Panegina hebt die Hand, treibt die Fingerspitzen von Daumen und Zeigefinger aneinander und nickt. Oh, Anti-Regius. Die Besatzung verzeiht sich und widmet sich wieder an Aufgaben, während das Schiff, dein Schiff durch die Azubau und Gewässer des Todesfeuers weiter segelt. Wenn ich mir mal überlege, ich war mal ein armer, ähm, Pioniersiedler, Abenteurer, hab dann Ked Noah gekriegt und jetzt ein Schiff. Vor allem ein so riesiges Schiff, ey. So, wo sind wir hier? Sklavenhändler, die wollen zum Glück nichts von mir. Ja. Also hier kann ich noch gar nichts machen auf der Insel. Ich hab auch, glaub ich, noch gar keine Quest oder so gekriegt, hä? Nein. Oh, Wasser. Und ein altes Lager, aha. Und wir haben uns immer noch nicht das Schiff angeguckt. 24 Ale, way. Und 17 Wasser, gut. Ja, das mit dem Gelb, mit den Löhnen ist halt so das Hauptproblem, aber das können wir irgendwie ausgleichen. Da ist Chrom Sporn schon mal. Ein Schiffswrack. Ah, das Wack durchsuchen. Nichts vom Wert, das Wack durchsuchen. Der Dürrwälder Schnauze, das Wack nochmal durchsuchen. Und nichts gefunden, aber der Dürrwälder Schnauze, das ist sehr schön. Das heißt, wir bräuchten nur noch eine Kanone und da ist dieses Schiff vollkommen bewaffnet. Also da sind wirklich alle Slots mal in einem Schiff belegt. Da bräuchten wir halt nur noch einen Kanonier und einen Matrosen. Gut, das ist Chrom Sporn. Wir könnten... Den unteren Teil müssten wir separat betreten. Der obere Teil wird wahrscheinlich über Chrom Sporn, also den Hafen Chrom Sporn, hier selber betretbar sein. Aber ich will erstmal noch nicht nach Chrom Sporn, weil wir wollten ja erst die Juana, die Wilden, besuchen. Laut der Königlichen Todesfeuergesellschaft könnten die uns nämlich eine Hilfe sein. Die wären hier oben. Das wäre halt auch ein langer Weg. Weil wenn, dann helfen wir Eldis und der Todesfeuergesellschaft. Und damit auch den Juana. Okay, der Rümsjodder ist leer aus meinem Lager. Wer seufzt hier eigentlich das meiste? Das ist Oswald. Der braucht zwei Rationen. Und dank Irina brauchen wir nicht so viel Essen. Oh! Das sieht aus wie eine Mühle. Hey! Das heißt, hier können wir anlegen, unsere Vorräte aufstocken. Würde ich mal sagen, das hier ist nur ein kleines Fischerdörfchen mit einem Anlieger. Ja. Na gut, den Tal-Leib auch noch. Ah, das heißt, nahrungsmäßig können wir den Reis, na, nicht komplett abfüllen. Gib mir mal so 20 Reis. Wasser nehme ich 100, gerne. Und dann fülle ich hier nach. Ja, rüms... Achso, der Reis, Wein ist alle. Aber ich habe Ale. Davon gebe ich mal auch noch 50 hier rein. Ich hätte aber jetzt Reis, Wein gekauft, ja. Trinken ist damit wieder genug. An Bord. Gut, das heißt, wir können hier jetzt ins Unbekannte fahren. Ich sollte zwischendurch mal einen Quicksave machen. Und ja, wahrscheinlich werde ich hier auch auf hoher Sehnen Cut wieder machen müssen. Da ist der Aschgraue Rachen, das heißt, ich werde hier gucken, dass ich am Aschgrauen Rachen vorbei erkunde. Sind schon mal sehr viele Schiffchen unterwegs. Ach, hier geht's dann in die Nebelwand wieder rein. Da sind's unaufgedeckte. Also ja, wie gesagt, Nahrung, Wasser ist nicht so das Problem. Geld eigentlich auch nicht. Auch wenn sie 31 pro Tag verlangen. Später werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr zahlen müssen, wenn ich das ganz große Schiff habe. Ja, ich sollte jetzt hier geradeaus hochfahren. So kann ich nämlich das Gebiet... Oh, ein Pestschiff mal wieder. Gucken wir das uns doch an. Aber heute sind auch dein Schiff, auch die Jäger sind aufgerollt. Und das Schiff kränkt auf dem Meer. Pestschiff, Brüttrum, Brautle, Jäger vom Fockmast. Und erneut nur nach oben auf die grüne Flagge, die am Hauptmast des Schiffes ist, müde im Wind flattert. Oswald steht an der Reling und bemüht sich darum, das Schiff zu erkennen. Nähern wir uns dem Schiff, Käpt'n? Vielleicht haben sie etwas, das einem Handel lohnt. Ja, und ebenso gut könnten wir uns allen... Könnten wir alle mit den Gottverdampen Pocken enden, Murmelt, Rum, Trautle, Jäger. Selbst ohne Fälle noch erkennst du, dass sich am Deck ein paar solleute bewegen, die noch am Leben sind. In Ordnung, Steuerung, Längsseits. Hier können wir nichts mehr machen, halten wir uns von ihnen fern, machen uns auf dem Weg. In Ordnung, Steuerung, Längsseits. Die Mannschaft steuert dein Schiff neben das Pestschiff. Matrosen und Kapitän wirken schockiert und ängstlich. Bei jeder Sklade ruft der Käpt'n mit hauer Stimme aus. Ich hatte nicht zu hoffen gewagt, dass jemand ins Hilfe kommt. Die Matrosen bemühen sich eine straffe Haltung. Doch ihr Schwanken verriet die Krankheit, die sie alle erwischt zu haben scheint. Was plagt deine Leute? Holt den am meisten von der Krankheit mitgenommenen Seemal eurer Mannschaft herbei. Wir werden ihnen auf unser Schiff nehmen, untersuchen und euch ein wirksames Heilmittel geben. Schiff, Änderung, Blinderung, in diesem Zustand sind sie wehrlos. Nehmt alles mit, was sie in die Finger bekommen. Hier können wir nichts mehr machen, halten wir uns von ihnen fern und machen uns auf dem Weg. Was plagt deine Leute? Einiges meiner Seeleute hat auch die Bauchfolge erwischt. Wir wissen ja, sie ist an sich nicht tödlich, aber wir können nicht segeln, wenn sie sich kaum aufrecht halten können. Mit mitleidigen Augen betrachtete Käpt'n die kranke Mannschaft. Wenigstens ist es nicht so, dass sie es sicher wäre. Holt den am meisten von der Krankheit mitgenommenen Seemann? Ja. Was ruft? Minus 5 Moral ruft Giyoto, der Rothändig entsetzt. Niemand sonst in der Mannschaft war es etwas laut genug auszusprechen, dass man es verstehen könnte. Noch sage ich mal, meine Murmung verriet jedoch nur zu deutlich, wie wenig es ihnen gefällt, das kranke Mitglied der Mannschaft des anderen Schiffs an Bord zu bringen. 5 Moral verloren. Schluffenberg gibt sich der Seemann vom Pestschiff auf Deins. Die Mannschaft reicht zurück und bildet eine breite Gasse, durch die er marschieren kann. Manche Formen abwehrende Schutzsymbole mit den Fingern und Murmeln gebildet zum Rimmagrand, während der kranke Mann an ihnen vorbeitaumelt. Ich kann dir gar nicht genug danken, erklärte Kapitän. Wer weiß, wie lange wir ohne deine Hilfe überlebt hätten. Erreicht dir ein kleines Kästchen. Bitte, dies sei als Geschenk entgegen, als Zeichen meines Dankes. Äh, behalte es, was auch immer es ist, du wirst es nötiger brauchen. Gut, wir hätten es annehmen können, aber habe ich jetzt nicht und ich segle nicht nach unten, das ist ja falsch, ich will ja nach oben. Gut, womit kann ich euch mal kurzzeitig ein bisschen die Moral heben. Ich gebe mal sechs super gutes Essen aus, das dürfte die Moral um fünf boosten. Ja, ich treffe zwei Besatzungsmitglieder, gut. Ja. Lachen, wer ist es diesmal Irena und Imani? Äh, sicher, ich spiele eine Runde mit. Vielleicht sollten wir die Dolche lieber auf die Hände werfen, sie auf jeden Fall schränkt die Arme. Irena neigt den Kopf zur Seite, aber die Schnitzerei hat gar keine Hände. Ja, Seraphine seufzt. Damit meine ich die Hände wie in alle Hände an Deck, also dicht zu tiefen beschwipster Pock, die hinter Seraphine seufzt. Ah ne, wir sind viel zu groß, um vernünftige Zielscheiben zu sein, Seraphine. Der Seemann zuckt mit den Schultern und sieht dann zu seinem Kameraden. Fantastisch, Imani tritt einen Schritt zurück. Ich setze diese Runde aus, mein Geld ist mir doch zu wichtig. Irena Kichertrude ein Dolch hervorhebt ihn hoch und zieht übermäßig lange, bevor der Dolch schließend in Richtung des Olianus segelt. Zehn Punkte für Irena. Auf die Nase ziehen. Zehn Punkte für mich. Ja, okay, wo fliegt er jetzt hin? Fünf Punkte aufs Auge, okay. Äh, null Punkte für mich. Nochmal auf die Nase, 20 für mich. Stolze 22 für Irena, ja. Die Seemannserfahrung plus Moral, aber Geld verloren. Äh, das heißt Leute, ihr müsst auf den Matrosenbrei verzichten. Gut. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier großartig weitersegle. Ich habe ja hier noch ein gutes Stück zum Erkunden hier oben. Äh, wird gespeichert. So sehr ich auch gerne weitererkunden würde. Das ist jetzt dann LP0... Mist. LP048, LP048, speichern und dann sehen wir uns gleich wieder. Nochmal wollten wir es ein Video. Also sitzt das Euer Korfen.